hallo und herzlich willkommen bei einem neuen video von fortnite hier ist die karte von snobby short ich hatte heute morgen das video hochgeladen da hatte ich grüßig wo das heißt das war die einzige info die falsch war also die schatzkarte ist in snobby short und zwar hier bei dem kleinen bunker wie ich ihn nennen und zwar hier auf dem kleinen häuschen ist dann die schatzkarte und ich weiß schon wo es ist und wir sehen uns gleich wieder wenn ich da bin so und hier sind wir und wie ihr seht hier ist der battle pass stern und zwar machen wir die karte mal groß und zwar neben dem kirchturm von hunted hills da ist der battle pass stern ja das war's und wenn euch das video gefallen hat lassen leichter und vergesst nicht mich zu abonnieren bis dann tschüss